Zur Firma kam ich persönlich auf Umwägen. Theoretisch wollte ich etwas ganz anderes machen. Dennoch hat mich der neue Berufsweg sehr interessiert. Der Stands- und Umformmechaniker ist eine Mischung zwischen Maschinen- und Anlagenführer, Werkzeugmacher und Industriemechaniker. Ja, und genau so einer sitzt jetzt vor euch. Über die Firma kann man sagen, wir haben sehr viel Spaß zusammen. Die Azubis sind super, die Kollegen sind super lieb. Mit den Jungs kann man vieles machen, viele Freunde kennengelernt. Und mit unseren Auszubildenden treffen wir uns auch am Wochenende. Da stehen auch sportliche Sachen bei uns im Vordergrund, wie Fußball spielen, Schwimmen gehen oder zusammen am Wochenende Fahrrad fahren. Für mich ist wichtig, dass ich mich an meinem Arbeitsplatz wohlfühle. Denn ich denke, je wohler man sich an seinem Arbeitsplatz fühlt, desto produktiver ist man und kann viel bessere Arbeit leisten. Ich mache gerade die Ausbildung zur Industriekauffrau und in allen Abteilungen habe ich bisher sehr viel gelernt. Die Tätigkeiten sind hier sehr abwechslungsreich. Mir wird viel Verantwortung überlassen. Das heißt, ich kann vieles selbst machen. Ja, wenn ich Fragen habe, wird mir sofort geholfen und mir wird auch viel erklärt. Wo ich beruflich hin will, weiß ich bisher noch nicht. Fest steht aber, erstmal mache ich die Ausbildung zu Ende. Ganz klar JC König, weil das Unternehmen ist ein Familienunternehmen und man fühlt sich hier echt gut aufgehoben. Mir war gar nicht klar, die JC König Produkte sind ja wirklich überall drin. Autos, Waschmaschinen, Kühlschränke. Ohne die geht ja eigentlich gar nichts. Extrem spannend an meinem Job finde ich, wenn der Kunde kommt und uns beauftragt, um ein Teil für ihn zu bauen, wo unsere Konstruktion dann das Werkzeug dafür entwickelt und wir dann im Werkzeugbau das Werkzeug hier vor Ort bauen und unsere Produktion draußen das Fertigteil dann halt produziert und am Ende können wir das halt verkaufen. Im Winter werde ich dann auch übernommen, dann kriege ich halt auch mehr Verantwortung. Warum sollte ich denn den Laden auch verlassen? Die Arbeit ist ganz spannend, abwechslungsreich und dazu macht es natürlich auch Spaß. Wenn man sich nicht ganz blöd anstellt, ist der Job hier auch sicher und mit den Chaoten hier lässt sich das eh ganz gut aushalten. Und wenn man sich mal verrenkt, gibt es sogar ein Füso direkt vor Ort. Als ich den Job angenommen habe vorher, muss ich erstmal googeln. Was ist eine Stufenpresse? Was ist der Stand- und Unformmechaniker? Das war alles neu für mich. Ich muss sagen, ich fühle mich ganz gut hier als Azubi bei König. Heute ist Azubi-Day, Kart fahren, haben wir uns schon seit Wochen drauf gefreut, eh geil. Es ist auch eine super starke Truppe. Die Jungs unterstützen mich, wir unterstützen uns gegenseitig. Ab und zu nehmen wir uns auch auf die Schippe. Aber man kommt hier super rein in den Betrieb. Die Jungs, die helfen einem. Und wenn man was gut macht, wird einem auf die Schulter geklopft und so kommt man auch weiter. Außerdem sind wir auf jeglichen Fortbildungen, wird alles übernommen von der Firma und die Firma möchte das auch, dass wir alles können. Deshalb bin ich froh hier zu sein. Uns wird Vertrauen geschenkt und sowas finde ich auch super, denn damit kann man sich auch selber einbringen und sowas wird ja auch von einem gefordert, Selbstständigkeit. Mittlerweile habe ich mich so gut eingearbeitet, an mir kommt keiner vorbei. Ja, nee, ist klar. Ich finde es eigentlich ganz geil, ein König zu sein. Hallo, ich bin Fisnek. Ich bin Tim. Hi, ich bin auch Tim. Ich bin Minika.